Ich veranstalte durch eine Vertriebskooperation mit der Reise- und Kooperation Bestreisen, bei der insgesamt vier Veranstalter dabei sind und die Vorgaben akzeptieren, die das Reisebüro und der Vertrieb vorgibt. Es scheint sich für beide zu rechnen, für den Veranstalter und den Vertrieb. Großes Lob gibt es zudem auf dem Vertrieb für die neue Kunden-Webscheit. Auf denen erhalten die Kunden nicht nur alle Infos, sondern sie erhalten auch Zusatzleistungen, die doch gebucht werden, erhalten die Reisebüro die volle Provision. Platz 3 geht erstmalig in der Geschichte des Lobos Abort an Bentur. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Wirklich große Respekt, sich in dieser Kategorie auf Platz 3 durchzusetzen. Herzlichen Glückwunsch! 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 Vielen Dank.